Fußball ist ein sehr emotionaler Sport. Man will mitleiden, man will sich mitfreuen. Jedes Wochenende auch in der Bundesliga, das muss man einfach sagen, so viel Diskussionsstoff. Ich glaube, dass deswegen Emotionen ganz wichtig sind und wir da nicht genug tun können, um das rüberzubringen. Manchmal rede ich aber auch extra Müll, um ein bisschen zu provozieren. Also ich glaube, das ist die Kunst, dass man das unterhaltsam macht, natürlich auch mal gerne dagegen reden. Ich finde, man sollte immer seine Meinung vertreten. Wenn man authentisch ist, glaube ich, merkt der Fan das. Ob Flughäfen, zu Hause, in der Schule, bei einer Kinder oder egal, wo ich einkaufen gehe, kommen immer Leute auf mich zu sagen, hey, frühstücken wir am Sonntag wieder zusammen. Und ich denke, ich kenne die doch gar nicht. Ja, Doppelpass, wir frühstücken immer dann, während ihr da quatscht. Alles für die Bundesliga, alles für dich, alles auf Sport1.